Jetzt hier meine Freunde, Tourette backt Pizzakuchen. Da bin ich aber mal heiß und hungrig gespannt, Leute. Let's go, der Hase. Ein nüchterner Dreh. Ich sagte ein nüchterner Dreh. Hey, ich bin gespannt, ob es wirklich so ist. Sicherheitsabstand 2 Meter. Soll ich das Thermomat ausstellen? Hab ich schon ausgemacht. Du weißt, wie das so geht? Ja. Ja. Hallo meine kleinen Mini-Freunde. Meine kleinen Mini-Freunde, Gisela. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. It's Corona-Time. Wir werden heute Pizzatorte backen. Zwei Sachen, die wir überhaupt nicht können, zusammen vereint. Hast du das eigentlich schon mal gemacht oder gegessen? Nee. Tierfleisch essen. Corona-Party. Never, never the good weather. Auf jeden Fall haben wir... Gisela, entspann dich. Auf jeden Fall haben wir hier schon unsere gesamten Lebensmittel vorbereitet. Tomatenparty. Marioparty. Wir müssen den Deckel eh abmachen, glaube ich. Willst du ihn lieber abmachen? Dieser Blick ist so gruselig, man. Digga, das ist zu wild, wenn man den bekommt. Dann weiß man, dass es vorbei ist. Ich hab's eigentlich nur ausgesucht, weil ich das Bild sehr ansprechend fand, muss ich sagen. Und weil ich mir dachte, Kuchen plus Pizza, das kann eigentlich gar nicht schlecht werden. Oh, Papageil. Also als Zutatnach... Papageil. Hackfleisch. Kackfleisch. Mozzarella. Ich hab ne Salami geholt und... Salami-Party. Lachs. Thunfisch. Thunfisch. Greta Thunberg. Digga, kannst du Lachs von Thunfisch? Tim ist wirklich auch mittlerweile echt auf nem Level, wo ich sage, der muss auch mal irgendwo. Also das ist... Ich hab dieses Rezept sogar von der lieben Sally. Was Sally nicht kennt. Sie hat ja auch nen Koch- oder Back-Channel. Machst jetzt Werbung für fremde Schlampen oder was? Hä? Junge. Ist das ne Rote oder warum redest du über die? Du willst die doch eh nur knallen. Tim, 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 Tim. Rein in die Rothaarige. Nein, aber ich hab ganz zufällig... Du willst die knallen. Ich hab ganz zufällig... Du willst die knallen, Bootshaus. Und ich hab es gesehen. Im Bootshaus, Mann. Das ist noch nie passiert, dass die im Bootshaus irgendwas gemacht haben, Alter. Dieses Minen. Das arme Bootshaus, Leute. Also so ne Schuhe anziehen. So, warte mal. So. Entspannend. Sehr viel besser. Tatsächlich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Du hast die K*** geknallt und zwischendurch aussehen die Falsche angesprochen. Ja, wenn Viper den bei Mario Kart abziehen, dann holt er sich die nächste Tutsch. In die Toilette rein. Genau. Und denkst du, wie viele das sind? Ich fahre deine Mutter immer mit der Schubkarre dahin. Ja. Oah. So, Gisela. Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Was sind denn Mini-Freunde? Wer sagt denn, hallo, meine kleinen Mini-Freunde? Okay. Geht's los? Ja. Schaffen wir das? Jo. In der Toilette. Backstage im Bootshaus. Jo, wir schaffen das. Ja, das schaffen wir. Ich glaube schon, ja. Dann guck ich mal was. Religiöse Teenager-Empressung. Hm. Ha 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 ha. Ja. Hm. Hast du die Eierflecken vom letzten Mal eigentlich wieder rausgekriegt? Der kleine Eierfleck da vorne, falls man Vermieter zusieht, der existiert natürlich nicht wirklich. Sehr gut, sehr gut. Das wird der Vermieter sicherlich, das wird sicherlich. Ah, Joey's Jungle. Jungle sagt immer meine kleinen Mini-Freunde. Okay. Der kleine Eierfleck da unten, den kann man kaum sehen. Nein, Herr Wälder, der existiert nicht. Der existiert nicht. Das ist reine Illusion. Gisela auf Zauberlehrling angelegt. Reine Illusion. Hm. Und auch wenn mal zehnmal die Miete nicht überwiesen wird, das ist reine Illusion. Gisela ist wirklich Comedy-God einfach. Reine Illusion. Dann, ich schau mal ins Rezept rein und guck mal, was der erste Schritt ist. Ich muss schon mal zum Anfang hin sagen, ich finde es sehr bemerkenswert, wie wir uns in der Zeit weiterentwickelt haben. Früher. Ja, weiterentwickelt und das ganz andere Level vom Behindert. Wir hatten früher noch nicht mal Bretter. Nein. Wenn ich ganz laut Nein schreie, merkst du, dass das in den Heizungen schallt? Nein. Ja, ich kann auch besser hören. Ich habe auch ein besseres Immunsystem. Und hops. Ich habe das bessere Immunsystem. Okay. Und die bessere Rechtschreibung. Die Hefe im Wasser auflösen und den Zucker einrühren, okay. Religiöse Teenager-Erpressung. Das ist ein Hefewürfel. Den brauchen wir nicht. Und ab dafür. Wir halten zwei Meter Sicherheitsabstand. Okay, also wir brauchen davon die Hälfte. Du kannst das schon mal halbieren, wenn du willst. Okay, dann brauchst du bitte ein Messer für. Ja. Extrascharf. Du rühst nach Schöne. Ja. Glaube ich heute der letzte Tag, wo man es verwenden kann. Also laut dem Datum, was dasteht und was dasteht, nehme ich das eventuell an. Gisela, Junge, was ist denn los? Glaube ja. Tu deine Corona-Finger von der Arbeitsfläche. Weißt du, was passiert, wenn ich jetzt einen epileptischen Anpass kriege? Junge, sie ist ja wieder zu wild unterwegs hier. Gisela, ganz ruhig, Mann, bitte. Dann bin ich gefickt. Das ist richtig. Hey, Macarena. Parkinson. Ey, Gisela, wirklich. Ja, da juckt der Säbel aber ordentlich. Da juckt der Säbel. Weil der Backstage-Bereich im Bootshaus nicht ganz clean ist. Der hat da nichts gemacht. Der war nicht im Backstage-Bereich. Der war noch nicht mal da. Der hat da nichts gemacht. Mann, Alter, was soll denn das? Ich nehme die nie wieder irgendwo mit hin. Schreckskrankheiten. Glaub natürlich nie, dass... Auch deine Mutter habe ich da schon gemacht. Glaub natürlich... In der Schubkarra. Da juckt der Säbel. Das ist alles erfunden. Ja. Das stimmt alles gar nicht. Nein, Spaß, ich habe deinen Vater geknallt. Also Fragen, ich bin ja vom anderen Ufer. Junge. Die Hilfe kommt dann ins Wasser. Hahaha, Arschloch. Lass Wasser rein. Ja. Das ist mein Stoffer-Fiel. Nein, 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 nein. Wieso habt ihr denn auch Sahne da stehen, Digga? Ja, das muss wie die Pizza. Öffne das Maul. Haha, ja. Der Junge muss sich nach jedem Dreh komplett abduschen, Alter. Zu wild. Wieso stellt ihr denn sowas dahin? Das triggert ihn doch nur, Mann. Das ist ekelhaft. Du riechst nach Schinken. Hahaha. Manchmal macht er, glaube ich, einfach, weil er Bock drauf hat. Ich bin überhaupt da. Brauchen wir die eigentlich? Nein. Also ich dachte, weil du sagtest irgendwas von Kuchen, da habe ich gedacht, man kann das mit einbauen. Sahne in den Pizzakuchen. Genau. Du riechst nach Schinken. Ja, ich dachte, Kuchen danach, wenn es fertig ist. Ich habe dich vollgesperrt. Sollen wir einfach weitermachen? Nein, du sprittst jemans Gesicht. Nein, nicht schon wieder. Nein. Oh, Junge, Alter. Lass. Das sind in den Haaren. Nein. Nein. Unser Dank geht raus an alle YouTuber, die Influencer, die uns in dieser schweren Zeit helfen. Gern geschehen, Mann. So, nach diesem etwas, nach diesem kleinen Vorpaar sind wir wieder back. Fasst dir nicht in die Haare, Corona-Schutz. Okay, sollen wir weitermachen? Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt nämlich den Salz. Den Salz, Alter. Tim, Tim, bitte. Wir beide gehen zum Logopäden, es reicht jetzt. Jetzt zwei Ölöffel Zucker rein. Ölöffel. Ölöffel. Tim, bitte. Ja, hier rein. Ja, da wo die Hefe ist, die sich bis jetzt immer noch nicht richtig aufgelöst hat. Das ist Zucker, oder? Ja, ja, genau. Zwei Ölöffel Zucker. Nein, das ist Salz. Nein, das ist Zucker. Das ist doch Zucker. Wir werden das herausfinden. Boah, da steht Zucker drauf. Ganz schön abgewichst. Bei Esslöffel Salz noch. Bei Esslöffel, okay. Dann kommt da noch 900 Gramm Mehl rein. Ist das leer? Nein. Das ist Koks. Was? Ich bin Witzbeut. Gisela ist so komplex mittlerweile. Wirklich eigene Persönlichkeit. Religiöse Teenager-Erpressung. Der Tim hat sich schon mit den Evangelikalen getrieben. Du bist ja echt ein Süßer. Das ist auch süß. Nein. Das war süß. Junge. Das war eine Sauerei. Sorry, Tim. Tu es einfach auf die Erde. Ich saug gleich. Oh ja, du Naseweiß. Ja, das ist Schneeweißchen. Ich müsste das festigen mit Olivenöl. Nein. Nein. Junge, bitte. Hör auf. Ja. Na, das machst du nicht. Ja, ich mach das. Hast du es gemacht? Nein. Hast du es gemacht? Nein. Nein. Ich hab doch schon genug. Das ist, glaube ich, nichts passiert. Olivenöl ist aber actually gut für die Haare tatsächlich. Everybody wash your hands and do the Corona dance. Das ist zu. Ich hab's gesehen. War es offen? War es du? Du weißt es nicht. Ich bin mittlerweile gewöhnt nach unserem Dresduschen zu. Und ich bin nach unserem Dres immer richtig hacker. Alles muss man selber machen. Du schön ist dir nur Zucker über den Kopf. Ich? Das war ich doch gar nicht. Das war ich. Walla, ich bin uns schuldig. Wo kommt denn ab denn her? Doch bin ich. Du versaust dich. Du bist alles schuldig. Das ist auf Kamera. Ja, das ist auch auf Kamera. Man sieht auf Kamera, wie du es schuldig bist. ist er schuld ja er ist schuld er ist schuld er ist definitiv schuld doch bist du wir haben es alle gesehen was soll die scheiße mann warum gisela warum schon wieder mann hässlich hässlich scheiße mann gisela jedes verdammte mal jedes verdammte mal eine torte auf dem korb du bist der grund warum es hier dreckig ist warum ich hab doch gar nicht und jetzt wird gerührt nehme ich an evo lalalala siehst du scheiße aus was hast du denn gemacht was hast du denn gemacht ich hab die voll gespritzt die dynamik zwischen den beiden so wild so wild einfach damit du mal merkst wie sich so wir haben jetzt unseren teig fertig gemacht und den erstmal nach draußen zum abkühlen hingelegt damit wir damit er vielleicht ein bisschen fester wird und wir den später ausrollen können für die pizzaböen und jetzt machen wir quasi unsere tomatensoße einfach also wir brauchen uns einfach tomaten und knoblauch daraus machen wir tomatensoße du riechner schicken soll schon mal die gewürze in der zeit weil wir müssen das noch ein bisschen würzen die konkurren gewürzt pizza gewürzt basilikum und oregano das reicht noch nicht so viel das reicht junge es reicht das passiert wenn ich das über deinen kopf schüttert er ist wahrscheinlich mein ohnbesunden beschmutzt das muss nicht sein dann weine ich weil wir dann nichts mehr haben ich auch und jetzt kommt das nur noch im topf dann sehen wir uns gleich an der herzplatte wieder sollte ich klatschen nein ja nein ja ja das war jetzt auch unangenehm das muss gekocht werden ja dann hier ein topf genau jungs also ganz ehrlich gesagt wirklich beide nicht lebensfähig abseits von gisela und so weiter ja der stream war kacke geh mal sterben und du hast da wichsen hast du gerade meinen klarspüler runtergeschmissen du arschloch dreckiger übrigens danke für die löffel simon du bist dein schätzelein warum ist so ein scheiß nur in den trend du riechst nach schenkel das ist nicht gut für die kamera bro scheiß ist auf meinem boden ja und du machst dir keine sorgen um die kamera weiter bleibt das gute klarspüler für umsonst geklaut bei der oma das hackfleisch also nicht mit olivenöl anbraten ist natürlich vegan liebe moralapostel sieht nicht so aus jessica gisela was zum teufel alter ja eisli das wird qualmen richtig dann schuldig mache ich das auch mal an man kann man kann glaube ich in der guss als er eine pfanne mit olivenöl arbeiten aber sonst glaube ich nicht oder eines verraten wisst ihr warum das gepiepte wort immer mit a endet ja wenn man in der küche beobacht hat sieht man sowas heute dieser blick das ist wenn man den eimer bekommt ich habe ihn auch schon ein paar mal bekommen dieser blick leute dieser blick ach scheiße man nee ja hm corona time nein hör doch jetzt auf mit dem öl ich habe die macht ich habe die macht was soll ich sagen gisela ist das alpha sag es ja gisela ist das alpha ja ich kann nicht sag es nein du willst du zwing mich nicht dazu natürlich dich gisela ist das alpha sag es mir scheiße alter ja junge 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 gisela ist das alpha also gisela es wäre wirklich zeit dass du vielleicht mal eine auszeit nehmt jungs also chill doch einfach mal so ein bisschen so es wird wirklich immer immer wilder nein sag es du schlampe sag es oh junge das ding ist auch jan ist halt wirklich kräftig alter der ist wirklich 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 stark sag es ich will gar nicht wenn das nochmal passiert sag es bitte ich will nicht dass alles vollgesaut ist bist du zufrieden so wie es jetzt läuft fick dich ja ich bin sehr zufrieden störgm oder du riechst nach schinken chickazelle schWeinefleisch haaram Katzenfleisch tammamm alles klar bin ich mir nicht so sicher ob das wirklich so ist ja geil Menschenfleisch tammamm tammamm so da sind wir wieder wir haben jetzt gerade unsere Tomatenzoße fertig gemacht Ich bin Tore Schülermann und habe meine Ärmel nicht oben. Ah, Digga, was ist das denn für ein Joke? Wer ist Tore Schülermann? Ähm, also... Tore Schülermann hat Jan meine Insta-Story gesehen, wo ich Tore markiert habe. Warte mal, hat der Tore... Tore hat mich nämlich in der Story markiert. Ich habe ihn nämlich zurückmarkiert. Tore macht Moderation für Dingens. Ja, da hat er die Arme nicht oben, aber hat das damit was zu tun? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gerade unsere Tomatensauce fertig gemacht. Warst du gerade bei der... War schön die Salami reingeschieben. Ja! Sorry, wenn ich an der Stelle den Namen die ganze Zeit auspicken muss, aber... Soll ich sagen, warum? Aber eigentlich müssen wir den jetzt ausrollen. Oh, Tim, hast du etwa eine Freundin jetzt oder was? Erzähl mal, Bruder. Warum ist so ein Scheißnudel in den Trends? Aber das Problem ist, wir haben kein Nudelholz. Also Jan hat kein Nudelholz hier. Nee. Und deswegen haben wir uns jetzt für die Salami entschieden. Achso, ihr rollt damit den Teig aus. Und ich dachte gerade, ihr packt die mit, also mit da drauf. Die tue ich eigentlich in andere Körperöffnungen rein, aber gut, das geht. Ich hoffe echt, dass der jetzt hart genug ist. Boah, selber Teig machen ist auch... Härter als dein Würstchen. Mädchen mit, aha. Jetzt gibt's ne Salami-Party. Ich glaube, wir müssen erst mal versuchen, es zu kneten. Ja, ja, ja. Das ist auch der Grund, warum ich schon mal einen Tripper hatte. Kennst du die Geschichte? Nein. Wollen wir sie hören? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist noch nicht fest genug. Der Teig sieht richtig scheiße aus, Alter. Oh, ich denke, ein bisschen Glasreiniger am Essen ist nicht schlimm, oder? Doch. Das wird deiner Mutter wieder in der Schubkarre serviert. Ich habe übrigens in Lukas' Auto onaniert und gewurstet. Gewurstet! Yes! Ich war nicht dabei. Nein, ich bin ja mich alleine gefahren. Ich weiß nicht, ob der Junge das darf. Was? Das müssen wir jetzt breiter machen. Guck. Alter, was macht ihr da? Das geht. Das wird niemals gehen. Vielleicht gehen da zwei. Wir haben kurz Stopp gemacht, weil wir mit Mühe versucht haben, da den Boden richtig hinzukriegen. Aber wir haben es jetzt geschafft, die erste Lage, Pizzateig da drauf zu machen und müssen jetzt quasi die erste belegen. Der Jan hat sich bei seinem ersten Mal direkt einen Tripper geholt. Beim Jan hat es nach dem ersten Mal ziemlich gejuckt. Sehr gejuckt. Tripper, Tripper. Was ist das für ein Kuchen, Alter? Salami, Hackfleisch, Tomatensauce, Thunfisch? Digga, 20.000 Kalorien, die Hälfte davon billige Proteins, Alter. So sieht unsere Pizza momentan aus. Ja, appetitlich. Ha! Achso, das wird so belegt. Okay, jetzt verstehe ich. Da warte ich an einem Zentrum für sexuelle Gesundheit. Ha! Ja! Ja! Da muss Schlagseine rein. Nein, 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 nicht die Schlagseine! Nicht die Schlagseine! Boah! Es gibt doch bestimmt so richtige Pizza-Wecker, die würden das jetzt einfach so durch die Luft werfen. Ja, richtig. Und die haben auch einen deutlich besseren Teig als ihr. Und dann wäre das rund. Ja, die kommen aber aus dem Land, wo sie gerade alle Corona haben. Ah, Tim, ich brauche bitte einen starken Finger. So, jetzt kommt doch der Rest Tomatensauce drauf, auf die letzte Schicht. Sieht ganz passabel aus eigentlich, oder? Ich habe deine Mutter gefickt, während ich einen Tripper hatte. Okay. Okay, Bro. Das Juckse. Sieht gar nicht so scheiße aus. So weh, bitte schiebe ihn nur zur Hälfte rein. Von wem ist das nochmal? Von wem ist das nochmal? Ist das Kai Z? Fick mich, Finch. Ach ne, von Finchie, genau, von Finch asozial. Ich bin sehr stolz auf uns, muss ich an der Stelle mal festhalten. Ich auch. Dreh wie wehe, du kritisierst und sie stecht nicht sonst ab. Dich und deinen Hund. Alter, entspann dich, euer Kuchen ist der letzte Scheißhaufen. Stech mich ruhig ab, komm her Gisela, lass uns kämpfen. Eins gegen eins, let's go. Und deine Bildschule mache ich auch kaputt. Dann kaufe ich mir einfach neue, weil ich bin reich. Das Stream war kacke, geh mal sterben. Jetzt sind die Ära. Fich asozial. Haben wir das in den Ofen zu schieben? Ich schiebe es dir sonst wo rein. Ja, ich mach das. Freut das Spaß, wie ich. Also, wir haben fertig gebacken. Katzenfutter. 40 Minuten später. Das sieht mächtig scheiße aus. Du riechst nach Schinken. Leute, oh mein Gott. Das Stream war kacke, geh mal sterben. Boah, das sieht anders lecker aus. Alle Veganer, ultimativ bist du erraten. Leute, wir werden demnächst auch nochmal was Vegetarisches kaufen. Geil. Sieht aber wirklich gut aus. Kickt euch. Sehr, 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 sehr schönes Video. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön.